Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video. Ja, ihr seht, der 123er ist immer noch auf der Bühne, aber wir sind wirklich fleißig. Parallel zum Tagesgeschäft läuft da einiges und auch noch andere Projekte, die zeige ich euch gleich. Jetzt machen wir erstmal an der Antriebswelle bzw. am Differenzial weiter. Hier liegt es schon, es ist jetzt gereinigt. Innen alles tutti, außen etwas lackiert. Einfach nur für die Optik, der Deckel auch, hier in Haftgrund und das Differenzial in Schwarz, einfach damit wir da einen kleinen Kontrast haben. Die neuen Antriebswellen sind auch da. Hier ist die eine schon ausgepackt, die zeige ich euch mal. So sieht das aus. Hier haben wir einmal die neue, einmal die alte, ist jetzt nur verdreht, keine Angst. So, andersrum. Und dann werdet ihr feststellen, dass die auch passen. Die haben jetzt, die neuen haben ein bisschen was anders. Die sind hier verschraubt, die Manschetten. Das heißt, wenn man die mal tauschen möchte, geht das hier doch ein bisschen einfacher, damit man es einfach abschrauben kann. Sie haben noch einen Vorteil, dadurch, dass es neu ist, sind natürlich auch die Kugellager ganz, wo hier im Gelenk nicht mehr ganz so tutti sind. Das zeige ich euch mal. Sonst wird mir ja der ein oder andere noch vorwerfen, dass ich die nur gekauft habe, damit ich nicht den Faltenbalk wechseln muss. Das ist aber nicht richtig, denn das zeige ich euch mal. Jetzt guckt mal hier. Ich drücke hier gerade echt mit Kraft und es lässt sich sehr, sehr schwer bis gar nicht bewegen. Natürlich ist hier auch nicht viel Bewegung, ist ja nicht an der Lenkachse, aber immerhin. Also es muss schon freiläufig sein. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem neuen. Merkt ihr das? Also ganz geschmeidig, gleicher Kraftaufwand, da geht hier gar nichts. Also wirklich, jetzt kommt es. Und ich habe es bei der einen Antriebswelle, die wir aufgemacht haben, habe ich es auch klar und deutlich gesehen, da ist das Kugellager wirklich komplett im Eimer. So, das bauen wir jetzt ein, bevor wir das Differential schließen. Müssen wir natürlich auch so machen, denn wir müssen den Sicherungsring hier rein machen. Ja, wir müssen das Differential jetzt gleich einbauen. Der Ring sieht so aus. Ich habe es ja geöffnet, indem ich hier mit dem Schraubendreher drauf bin. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ihr habt hier hinten auch ein kleines Loch, eine kleine Öse. Da könnt ihr mit einem Haken rein und das Ganze dann ziehen. Und dann habt ihr da gar keinen Stress. Gut. Antriebswelle muss natürlich seitlich rein. Und wenn sie dann hier drin ist, dann können wir hier gleich den Sicherungsring rein machen. Und jetzt seht ihr schön hier drin, und jetzt seht ihr hier schön das Ende. So, hier seht ihr jetzt schön das Ende der Antriebswelle und da kommt jetzt der Sicherungssplint drauf. Da hängt er jetzt. Und jetzt drücke ich den mal rein. So, und wenn ihr das Geräusch hört, dann hat das alles geklappt. Wenn ihr jetzt reinguckt, seht ihr es auch schön. Da ist der Ring jetzt drauf. Ist das dann gesichert. Habe es jetzt vom Hersteller NK geholt, weil es bei meinem Lieferant lieferbar war. Innerhalb von einem Tag bekommen. Und das Ganze kostet mich jetzt pro Welle 100 Euro. Das ist komplett in Ordnung. Ich bin ja gespannt, ob man da wirklich auch was merkt beim Fahren. Weil so wie die Kugellager kaputt waren, vermute ich schon, dass das ein oder andere Knacksgeräusch einfach weg sein wird. Das war wirklich auch ein Thema. Ja, jetzt machen wir das Gleiche, auch noch auf dieser Seite. Damit wir es dann zusammenbauen können. Weil der Deckel wird natürlich dann abgedichtet und verschlossen. So, einfach rein. Ein bisschen drehen. Zack. Dann ist er ganz drin. Oh, ich muss schon sagen, das sieht jetzt schon sehr geil aus. Mit dem Schwarz in der Lackierung und den neuen Antriebswellen. Das macht schon was her. Gut, was ich immer mache, wenn ich Differenziale dann auch befülle am Ende, ist, dass ich erstmal auch wirklich dann im eingebauten Zustand, wenn das Öl drin ist, eine Seite festhebe, damit ich einfach mal und auf der anderen Seite drehe ich dann, einfach damit sich das Ganze ein bisschen verteilt. drehe ich einmal so komplett, dann hebe ich eine Achse, damit es im Inneren sich mitträgt, dass das Öl einfach gleichmäßig verteilt. Ja, dass überall auf jeden Fall schon mal vor der Probefahrt ein bisschen Öl war. Aber ich muss sagen, das Differenzial an sich sieht echt noch sehr, sehr gut aus. Klar, da ist ja auch riesig Material drauf. Da kann eigentlich, was soll da großartig kaputt gehen? Was oft vorkommt, sind, dass die Lager hier defekt sind oder defekt gehen. Aber da habe ich hier noch gar kein Problem. Die laufen wirklich sehr gut. Da machen wir noch gar nichts. Bei mir waren es wirklich nur die Antriebswellen, die ein Deck hatten. Und klar, und die Faltenbalker natürlich. Ja, jetzt gucke ich gerade noch mal, ob die Klammern sauber sitzen. Nur damit alles passt jetzt, wenn wir es zusammenbauen. Aber ich muss sagen, das sieht gut aus. Das ist hier natürlich wichtig. Es ist eine Dichtfläche. Die wird jetzt entfettet. Gereinigt habe ich sie schon. Also es ist komplett plan. Das gleiche auf der anderen Seite des Deckels auch. Und dann nehme ich jetzt hier von der Firma Wirt einfach nur eine Silikondichtung. Dichtmasse. Muss es nicht von dem Hersteller sein. Aber die geht jetzt sogar bis minus 60 und bis plus 260 Grad. Also reicht auf jeden Fall. Die nehme ich dafür. Steht da was drauf mit Anwendungsbereich. Anwendungsbereich, Ventildeckel, Differenzial, Hinterachse. Das steht sogar mit drauf. Differenzial. Besser geht es ja nicht. Ich baue das jetzt mal zusammen. Und dann freue ich mich schon auf das komplette Ergebnis, wie das dann gleich aussieht. Das wird richtig gut aussehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn man das jetzt so sieht, ist es schon sehr sexy. Im Vergleich zu vorher ist es echt welten. Gut, lassen wir jetzt trocknen und morgen wird es dann, ja morgen wahrscheinlich noch nicht, aber morgen wird hier eigentlich nur geschweißt den ganzen Tag. Ich werde mit so dicken Augen wahrscheinlich nach Hause kommen, aber das müssen wir jetzt auch durchziehen. Dann kommt die Achse rein und dann natürlich auch das Differenzial. Dann wird es befüllt im eingebauten Zustand. Jetzt will ich euch noch eine Sache zeigen. Das geht aktuell ein bisschen unter, aber parallel zu dem ganzen Tagesgeschäft machen wir auch gerade einen Käfer. So, wir richten gerade einen VW Käfer für eine Kundin und jetzt schaut mal der Motor, den haben wir schon fertig. Ist jetzt hier eingepackt aufgrund der Kausarietätigkeiten, dass er nicht jetzt zugesetzt wird mit Staub. So, das müsst ihr sehen. Das ist jetzt mittlerweile echt eine schöne Augenweide geworden. Schaut euch das mal an. Ein Träumchen. Ich habe das parallel über einen Bekannten laufen lassen jetzt, dass er den Motor gemacht hat, damit wir einfach hier mit unseren Projekten vorwärts kommen. Das hätte ich jetzt in der Zeit nicht nochmal zusätzlich geschafft. Was hat er gemacht? Ist ein Mexiko Käfer, 1200er. Wir haben jetzt eine neue Zündanlage. Ich denke, den Hersteller wird der eine oder andere kennen. 123ignition.de Da müsst ihr mal drauf schauen. Richtig, richtig cool. Dann hat man jetzt eine elektrische Zündung und hat da auf jeden Fall weniger Ärger. Da wird er immer laufen. Von der Seite aus. Das ist super. Der Motor wurde jetzt komplett abgedichtet. Die Köpfe haben wir nicht gezogen. Heißt, es waren, klar, Ventildeckel kamen neu rein. Die Klammern einfach, dass es wieder gut aussieht. Die Stößelrohre haben wir reingemacht. Und das sind jetzt auch spezielle. Das sind welche mit Teleskop und einer innenliegenden Feder. Wenn man die Köpfe nicht zieht, dann ist das eben die Variante, dass man die zusammendrückt, einbaut und dann kann man die auseinanderziehen. Da war ein, zwei auch undicht und auch falsch verbaut vom Vorbesitzer oder von der Werkstatt, die davor dran war. Die hat einfach den Dichtring da drin zerquetscht und das Ding eingebaut. Das macht man nicht. Dann der Ölkühler, der hier drunter hockt. Die Dichtungen sind natürlich alle neu. Vergaser wurde komplett überholt und neu abgedichtet. Und natürlich alles auch schön gemacht. Ihr seht hier Abgasrohre. Sandgestrahlt. Mit Zingspray angesprüht. Hier und da neue Schrauben verwendet. Und jetzt im Allgemeinen, einfach dieses Bild. Sieht richtig cool aus. Ich dachte echt schon, als wir den da hingestellt haben, wäre eigentlich cool, wenn man hinten einfach die Bolzen nimmt oder Bolzen in die Wand schraubt und den Motor dann einfach hier oben hinhängt. Das wird richtig gut aussehen. Aber der muss natürlich wieder ins Fahrzeug. Der muss natürlich auch seine Arbeit tun als Aggregat und den Käfer antreiben. Da haben wir jetzt noch ein paar Karosserie-Tätigkeiten bei dem Käfer. Da werden wir dieses Jahr aber nicht mehr dazukommen. Beziehungsweise vielleicht zwischen den Feiertagen. Aber jetzt war mir erstmal wichtig, dass motortechnisch da alles fertig ist. Dann haben wir noch, wie gesagt, Dichtungen müssen wir noch tauschen an den Fenstern. Und Karosserie-Themen haben wir auch noch hier und da. Einfach als Rostvorsorge noch ein paar Themen. Das zeige ich euch aber dann auch. Wir machen jetzt nur, Prio hat jetzt halt der 123er, weil mit dem möchte ich einen Heiligabend. Das ist übermorgen. Ne, was ist heute? Mittwoch, morgen, dann ist der Freitag. Samstag ist Heiligabend. Also in drei Tagen muss er halt jetzt auch fertig werden. Zumindest so weit fertig, dass ich fahren kann. Und da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Ich habe mich jetzt schon damit abgefunden, dass wir so optische Stellen nach Weihnachten dann machen. Also sowas hier. Das bleibt so natürlich auch nicht. Den Radlauf werden wir auch noch schweißen. Aber die Geschichte mache ich dann nach den Feiertagen, weil mein Lackierer auch jetzt die Werkstatt zumacht, die Lackiererei. Von daher bringt es gar nichts. Und dann lasse ich es lieber so und fahre rum, als wenn es dann komplett blank ist oder nur grundiert. Dann lasse ich es lieber erstmal so. Gut. Genug gequatscht für heute. Das nächste Differenzial könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Also es sind Welten, vorher und nachher Vergleich. Ja, und so nimmt das Ganze jetzt langsam Gestalt an. Ich mache jetzt mal noch die überschüssige Dichtmasse hier weg, damit das sauber aussieht. Und wünsche euch einen schönen Abend und danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, wir sehen uns morgen. Macht's gut und ciao. Bis dahin, wir sehen uns morgen.